Geht doch! Entkommen! Und erstmal ruck, Zug! Attacke! Auch mehr meiner Lieblingswerden gestärbt werden, Kerle. Wir Kesseln, wenn ihr ihn stiehlt, versetzt ihr den Zwergen einen schweren Schlag. Nicht allein ist nicht ihre Sache. Bringt ihn in den Turm, dann werden eure Schergen dauerhaft gestärkt. Und sie grabschen mit ihren betrunkenen Pfoten all meine Sachen an. Hehehehe. Naja, das ist ein Verwünsgesprungen an der Sache. Obwohl die Kleinen ist besser geworden. Ich werde den Spiegel immer noch was zu tun haben. Hör! 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 Möcht! Hör! Oh, das ist auch noch. Okay. Ja, das ist auch noch. Ja, das ist auch noch. Wann, Mann. Können ganz schön sterben werden. Aber na gut. Noch müssen wir nicht zu Goldo. Wir können uns ja immer noch ein bisschen umschauen. Okay. Jetzt siedeln sich ja Schafe an. Interessanter Aspekt, muss ich ja sagen. Ich glaube nicht, dass ich da durchpasse, oder? Nee. Bin zu groß für die... Okay, aber hier irgendwo ist ja auch die Arkadien-Jungie. Mal schauen. Irgendwo muss die ja sein. Okay, was ist denn hier Schönes? Die Statue der Muttergöttin. Gestohlen. Sie lassen uns arbeiten. Einen Tempel bauen. Okay. Ich gebe zu, Meister. Ich habe einen, äh, nun ja, einen teuflischen Plan ausheckt. Schön zu wissen. Ich will euch nicht mit Details langweilen. Aber wir müssen dafür an die Statue herankommen. Baustelle für die Tempelnaht. Das werden wir auch wohl schaffen. Oh je, wieder so ein Riese. Da ist die Statue. Dem laufenden Krippen, der sich da unten nach zu urteilen, rechnen die Zwerge mit Ärger. Enttäuscht sie nicht, Meister. Ja. Wir werden gerade hier enttäuschen. Oh! Okay. What role ist das hier, oder was? Holy fuck. Holy shit. Da leban, man muss ja aufpassen. Heiliger Pferdepest. Na ja. Ach, die kann man wieder auffüllen. Schön. Irgendwie muss ich ja bei den netten Herren hier an Wilfried denken. Wow. Alter. Ruhigig, du Ries. Ruhigig, du Ries. Ruhigig, du Ries. Okay. Schauen wir mal. Oh oh. Jungs. Komm rein. Ruhigig. Attacke. Ja, so. Also, um Punkte Lebensenergie sind die Felsenfiecher wirklich gut. Das haut alles kaputt. Schönen, 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 schütten. Pink geht euch nur aus. Oh oh. Los. Kommt, kommt, kommt. Attacke! Na na, doch mal wirst du nicht rollen hier. Oje, hier wird doch garantiert auch wieder einer rollen. Ja, 100 pro. Oh, das war Glück. Das war echt Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das bringt mir alles her, hier. Oh, ich hoffe, jetzt müsste ich mit dem Rock'n'Roll langsam mal vorbei hier. Okay, jetzt scheinen wir einfach wieder ins Werk zu kommen. Oh, mein Gott! Lass! Oh, ist der doof. Oh fuck, die haben ihn umgebracht. Lass mich! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Scheiße! Das wäre sicher lustig gewesen, wenn wir jetzt Zwergenbohling gespielt hätten, aber... na jo. Das Felsenmachter war zu doof dafür. Lass uns nicht als Zwerg, die nach sterben! Lass uns nicht als Zwerg, die nach sterben! Okay. Lass uns nicht als Zwerg, die nach sterben! Lass uns nicht als Zwergenbohlingi. Glocke, Dulcente! Lass uns nicht so schämen! Geht! Lass uns nicht aus. Die starterங Sportstellen circa� SATUR BETTERNITAL Ja, ja, wir erlösen uns das. Das Attacke! Erlösen sie! So, na dann, Atacke! Ja, 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 ja! Ah, ja, 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 ja! Wir müssen mal wieder eine Tür aufsprengen. Wo kannst du denn? Da. Oh Mann, das kann dauern. Oh Mann. Tja. Wegen der beschissenen Kameraführung musste jetzt ein Scherke sterben. Oh je. Bis hier schon wieder Brawling-Warn. Und ich sehe auch schon die Brawling-Wumpel. Hallo. Juppie-Guppie. Auf Attacke. Haha. Klar. Das schiebt. Schiebt. Jawohl. Oh. So. Schafft. Uff. Lass, erstmal die WFC-Bergie und dann die Schatten drauf. Das geht doch. Ich werde noch nichts vergessen. Lass, hier kommt die Altärer. Oh, Mann, Mann. Ich sollte vielleicht mal langsam wieder beiziehen und halt aufhören und erhöhen. Ah, der geheimer Ort. Oh, anscheinend. Dann machen wir alles kaputt und schauen nach, was wir so an schönen Sachen finden. Oh, gut. Oh, gut. Oh, was ist das? Schauen wir mal. Oh, oh. Hier ist doch gerade wieder ein Fuena. Oder auch nicht. Oh, больше. Oh, ja. Oh, das war. Vielen Dank.